Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Feel-Good-Meditation. Heute möchte ich mit dir in ein etwas heikles Thema hineingehen, nämlich das Gefühl Geduld. Genau. Ja, wahrscheinlich ist es bei dir ähnlich wie bei mir. Immer wieder oft wird es uns gesagt, sei geduldiger, sei geduldiger. Man geht zum Kartenleger, sei geduldiger. Man geht zum Channel-Medium, sei geduldiger. Immer wieder tritt es in unserem Leben auf, dass wir einfach mehr Geduld benötigen und mehr Geduld lernen sollten mit uns selber, mit unserem Leben, mit den Dingen, die wir uns wünschen. Aber oft fällt es uns eben nicht so leicht, weil wir einfach durch diese Schnelllebigkeit in dieser Welt eigentlich daran gewöhnt sind, nicht ganz so geduldig sein zu müssen. Von dem her lade ich dich ein, heute mit mir einfach mal in dieses Gefühl hinein zu gehen und diese Ruhe, ja und die Geduld einfach für dich mitzunehmen. Wo auch immer du bist, wenn du magst, schließ deine Augen und ja, komm mit deiner Aufmerksamkeit mal kurz in dein Inneres, in deinen eigenen Körper zurück. Schau mal, wie er sich anfühlt, ob alles passt oder ob du vielleicht dich anders setzen möchtest. Und dann beginn mit tiefen Atemzügen. Stell dir vor, wie über deinem Kopf eine unendliche Quelle voller Energie aus deinem höheren Selbst, ja, über dir selbst schwebt. Und du kannst von ihr Energie hineinatmen, über dein Kronchakra in deinen Körper. Diese Energie durchfließt deinen ganzen Körper und du atmest sie in dein Herz hinein. Du spürst, wie deine eigene Kraft sich stärkt und größer wird. Geh nun mit deiner Aufmerksamkeit wieder auf dein Herz. Dort wirst du einen kleinen Funken Geduld sehen, denn auch du hast sie. Du hast es in dir. Und du wirst diesen kleinen Funken sehen und beginne nun mit deinem Einatmen und Ausatmen direkt in diesen Funken hinein auszuatmen. Als würdest du es mit Energie aufblasen. Und genau so beginnt dieser Funke Geduld nun in deinem Herzen sich auszuweiten und größer zu werden. Heilt zwei weitere Atemzüge später und du spürst, wie dieser Funke sich so ausgeweitet hat, dass es nun schon über dein Herz hinausgeht. Atme weiter Energie von deinem höheren Selbst ein und in diesen Funken Geduld hinein und lass diesen Energieball, der sich nun geformt hat, einfach immer größer werden. Spüre, wie er nun sogar schon deinen ganzen Brustkorb einnimmt und dein ganzer Brustkorb vibriert und spürt Geduld. Du spürst, wie es beginnt, immer mehr und mehr Geduld zu spüren. Mache diesen Energieball immer größer und größer und spür, wie er nun bereits deine Schultern eingenommen hat und dein Oberkörper, alle deine Rippen und nun beginnt auch dein Magen und dein Darm und deine ganzen Innereien auch von dieser Wolke oder Energiewolke voller Geduld eingenommen zu werden. Atme weiter hinein. Und spüre, wie nun dieser Energieball, deine Ellbogen, deine Hände, deine Gelenke, deine Hüfte auch schon eingenommen hat, nun auch dein Hals eingenommen hat und immer größer wird und du spürst, dass nun auch dein Kopf immer mehr und mehr in Geduld gebadet wird. Es geht weiter und weiter, nun sind auch deine Knie eingenommen. Es geht weiter, atme noch ein paar Mal ein und aus, solange bis du spürst, dass dein ganzer Körper umgeben ist von dieser Energiewolke voller Geduld. Spüre, wie nun alles Geduld ist. Dein ganzer Körper, jede Zelle vibriert mit dem Gefühl der Geduld. Du kannst es, du schaffst es, du bist geduldig. Spüre diese Vibration und sei Geduld. Spüre, wie nun alles Geduld. Spüre, wie nun alles Geduld. Wenn du bereit bist und ganz in deiner eigenen Zeit, öffnest du deine Augen und kehrst zurück in dein Hier und dein Jetzt. Nimm aber auf jeden Fall das Gefühl der Geduld mit und lass es noch ein bisschen nachklingen. Ich hoffe, du konntest gut rein spüren in das Gefühl der Geduld und kannst es auch jetzt noch in dir tragen. Wenn es dir ein wenig schwer gefallen ist, wiederhol diese Übung einfach so oft du magst. Gerne auch mit Hilfe dieses Videos. Du wirst sehen, mit der Zeit wirst du immer mehr und mehr Geduld spüren. Und vielleicht ist es irgendwann mal sogar soweit, dass du einfach nur noch das Wort Geduld hörst und dich damit selbst in die Geduld bringen kannst. Vielen Dank, dass du heute teilgenommen hast. Ich wünsche dir, dass du dich gut fühlst und ich wünsche dir, dass du ganz, ganz viel Geduld spürst. Dann zu, ganz viel Geduld. Dass du heute glücklich bist. Macho auf dich? Was schießt und dich heisst. Dass du dichβαst. Es geht auf, was du siehst, um... Absolut. Aber es steht. Ah, jetzt geht auf. yle. Du siehst du dir. Bein. Du siehst du, siehst du siehst. Du siehst du siehst. Du siehst.